das war jetzt wieder voll heiße ich weiß auch nicht wieso da wirklich ist doch noch mal wo die Sonne um untergehend war und jetzt das ist irgendwie heiße oh ja das ist echt nicht geil ich will mich nicht in den Stuhl lehnen oder wird relativ schnell wieder dunkel hier ja schon irgendwie schon wieder wir haben mal Winterzeite zu Minecraft Winterzeit Stimmraum haben die es noch nicht reingetan ich will sie es ist ja es sollten da haben wir doch mal eine gute Idee ja ne aber beziehungsweise stell vor wir werden jetzt in der Nähe oder sowas in der Nähe Prozent tut auch nicht wirklich schneiden oder im Winter so nicht dann werden wir es dann wenn wir endlich mal richtigen Schnee sehen die Leute also ja aber ich weiß nicht so ich habe eine Wiese gefunden ich hoffe das ist der richtige Platz Stimmt hat Steffen alle anderen Pferde umgebracht ja genau da müsste nur noch ein Pferd mit einem müsste nur noch ein Pferd mit einem Sattel und einer Diamond House Arm rumlaufen potenziell potenziell ich meine ja so so jetzt gucken wir mal das jetzt mach ich jetzt mach ich mal was mal schauen mal schauen ähm ähm äh 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 m k aus und zu h h m 32 48 40 ich glaube ja und es reicht cool okay um viel das muss ich aber mit 2 sieben Baumholzen gehen umbauen Baumholzen geduldet gut ich bin so mega intelligent st es ist krank die Wormsgur ist ein Land ist das neulich gestorben werden wie ich kommt mir irgendwie so vor als nicht mit gestorben ich mache aufnahme für die quise sind und wollen keine Ahnung ich weiß auch nicht deswegen bin ich gerade ein bisschen verwirrt wieso denn was hast du denn für ein Level keine Ahnung 6 also ja doch klar bin ich ich bin irgendwie gestorben ich weiß noch nicht mehr wie ah doch ich weiß es wieder ich bin gestorben oh mein Gott wie bist du denn gestorben ich bin in die Luft geflogen hm hm what the fuck was ist warum ist ein Skelett in meinem Haus oh meine Tür ist auch offen sollte vielleicht die Tür zumachen so gehen wir mal das wieder ok ja jetzt baue ich mal den nächsten Keller ab toll wobei Moment ich muss mal kurz auf mein Handy gucken ist jetzt vielleicht ein bisschen ist jetzt vielleicht ein bisschen mordig aber ich muss was ich in mein Kopf gucken und ich kann nicht switchen oh mein Gott Alter jetzt ist schon wieder ein Skelett in meinem Zimmer wie äh in meinem Zimmer ja in meinem Zimmer ein Skelett in meinem Zimmer wieso kann ich das Ding durch meine Zäune durchschießen so wurde das aber nicht geplant so sowieso 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 so ... ... ... Mine ... ... Wasseraffinität 2 habe ich einen Helm gekriegt wunderschön na so glücklich so glücklich ja nee ich hab von einem Skelett herstellung ah ja was für ein Helm so wie ich es mit Leder ok das ist gar nicht gut ja das ist unkwoll das brauche ich und das brauche ich noch ok hab ich dann ein Schwert ich nehme jetzt einfach mein Holzschwert sooo und das macht dir denn gerade so in Minecraft hier 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 die entstandenen detonationslöcher von Kippen aus haha oh je definition oh je er läuft da nicht immer noch um Lukas was weiß der ist der Ding ist eigentlich nicht das so mit ihrem laufenden Fehler wir sind wollten loslaufen aber davon nicht schon aufgehört aufzunehmen das heißt sie sind aber nicht zuhause genau zuhause also ich bin jetzt weggegangen Wolltest du nicht erzählen was habt ihr so auf eurer Urkundung Urkundungszule erlebt Sachen gesammelt das war es eigentlich habt ihr irgendwas geiles gefunden oder war das einfach nur so einfach nur Albin ah ja ja du hast ja stimmt ich erinnere mich Bobby ist so heiß sie zu schauen müssen denken wir sind dement oder so ja und dann sind die letzte Folge nicht obwohl das schon ein Jahr das ist ja schon ja das ist ein paar Stück da her das ist vorgestern ne das ist glaube ich schon keine Ahnung eine Woche ich glaube wenn es vorgestern wäre hätte ich mich jetzt noch daran erinnern können wobei bei der Hitze das ist echt schlimm ne das ist nicht heiß aber es ist so total unangenehme Luft ja ja das ja 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 stimmt ich weiß nicht einmal wer die Leute sind bei denen ich hier wohne ich weiß gerade nicht wo ich Lava finde Lava ich brauche ich würde sagen weit unten oh nein Max you don't fucking say so man kann es auch an Land finden also halt ne ja aber trotzdem oh fuck nicht unter Tage sondern ja ja ok tut mir leid Max dass ich dich angeschrien hab ja du vielleicht nimm oh es ist so warm und ich finde keine Lava das ist so schlimm wo brauchst du Lava? ich brauch Obsidian äh mir geht grad so unsere Schweißperle runter das letzte mal dass mir das passiert ist glaube ich bei Kingdom Hearts versucht den den Cotton Heine umzubringen den wen? den Cotton Heine auf der PSP ah ja ja PSP beim Sleep ja ich weiß so habe ich gespielt ja ich war da so angenehmt auf dem Sofa hab den glaube ich das zehnte Mal dann wieder gemacht ja fünf gegen den Sofa wo man spür ich so so wenn man so geschätzt ich weiß Perle mir so mir so an der Achse so runter geht so es ist voll unangenehm so was ja ah Leute ich hab da grad Lava durchbacken sehen hab ich mich dahin Jo you point ja alles das ist der Faden hast du gemacht was du was du was was du was hier bringt der Wald oder so das war der Max dann magst du irgendwie alles nein das war ich nicht dann magst du irgendwie alles das ist weit weit weg ich bezweifle nicht das Max hier irgendwo so ok ne ne ich dachte du magst du irgendwie bei uns hier aufwärtige von Waldabgerode alles gleich wieder auf mich schieben ja du bist der Waldtöter hey ich kümmere mich hier nur darum dass die alten Bäume oder die toten Bäume rauskommen das heißt da muss man ein wenig Rodung halt mal ganz einfach was für tote Bäume man das sind keine tote Bäume ich hab heute ich hab was ich hab sogar mit der Grammatik ich tu nur was nötig ist damit es den Wäldern gut geht ein Scheiß ein Scheiß du Lügner alter Jo das ist extrem weit weg du nennst mich ein Lügner ach Gott ich bin du nennst mich Spitzkopf ich hätte irgendwie auch voll extremst Bock Kingdom Hearts zu spielen Let's Plane aber erstens will ich das nicht so genau ob ich das machen soll zweitens wird es ein extremst langes Projekt weil ich eigentlich dann halt alle Kingdom Hearts spiele ich bin